Mit der 10er-Zahl. So kannst du Minusaufgaben mit dem grünen Werkzeugkoffer lösen. 56 minus 39. Ich nutze den nächsten 10er. 39 ist nah an 40. Ich rechne 56 minus 40 ist gleich 16. Jetzt habe ich ein Einer zu viel abgezogen. Den rechne ich wieder dazu. 16 plus 1 ist gleich 17. 56 minus 39 ist gleich 17. 17. 17. Untertitelung des ZDF, 2020